Okay, neues Taktik-Video, wieder was ganz, ganz Kurzes, wieder was auf der defensiven Seite, nachdem ich letztes Mal ein bisschen offensiv drin war und da ein Passing-Konzept vorgestellt habe. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, geht auf meinen Kanal, es ist alles in einer Playlist angeordnet, die, ich weiß nicht wie heißt, aber ihr werdet schon mitkriegen, wie es heißt, irgendwas mit Taktik oder X&O. Wenn ihr zukünftig davon nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach jetzt schon mal. Wir gehen ins Video, es geht heute um Banjo-Coverage. Kann mehrere andere Namen haben, Combination-Coverage ist so ein bisschen mehr der Fachbegriff, benutzt aber gefühlt kein Schwein mehr heutzutage, was man manchmal noch ein bisschen hört, ist Buddy-Coverage. Aber wieder da, falls euer Team einen ganz anderen Namen dafür hat, es ist Football, es gibt verschiedene Namen für alles. Als allererstes mal das Problem, wir haben hier unsere Line of Scrimmage, heute habe ich die mal eingezeichnet. Wenn wir jetzt Receiver haben, die in einer Stack-Formation sind, beziehungsweise gestapelt, relativ übereinander, dann haben wir als Defense, wenn wir Man-Coverage spielen wollen, ein ganz kleines Problem. Angenommen, wir haben hier einen Cornerback und hier einen Cornerback oder Safety und Cornerback ist auch relativ egal. Wir pressen den einen, den anderen nicht. Ist alles relativ egal. Sobald der Kollege hier nach außen kommt und der geht nach innen, haben wir zwischen den beiden hier ein Problem, dass die sich nämlich darauf abstimmen müssen, nicht ineinander zu laufen und so weiter. Selbst wenn die ein Stückchen weiter auseinander stehen, wäre das immer noch ein gleiches Prinzip. Gibt es in fast jedem Playbook, nennt sich da ein Slant-Flat-Prinzip oder sowas. Der Innere läuft nur Flat, der Äußere läuft nur Slant, dass sich die Cornerbacks in der Mitte quasi gegenseitig über den Haufen rennen. Selbst wenn nur einer ein bisschen behindert wird, der hier zum Beispiel nur einen Ticken langsam ist auf die innere Route, kann das geworfen werden. Das reicht im Football. Die Banjo-Coverage ist also primär dafür da, um Bunch- oder Stack-Formation, wie ich es eben gezeigt habe, zu verteidigen. Eine Bunch-Formation hätte einfach noch einen weiter hinten. Kennt, glaube ich, jeder ist ein bisschen aufgestellt wie so ein Dreieck. Also einer vorne und zwei dann dahinter. Aber so, ich habe ja ein Board. So ungefähr. Was man jetzt dagegen machen kann, beziehungsweise was die Banjo-Coverage ist, ist relativ simpel. Wenn du weiter Man spielen möchtest, dann könnte das in dem Moment ein Audible-Call sein, dass der geht dann Banjo. Heißt, du spielst Man-Coverages, oh verdammt, Receiver sind in der Stack-Formation. Ich kann das hier noch ein bisschen ordentlicher machen. Ein Ticken weiter hinten, ein Ticken mehr gecovert. So, es kann teilweise schon sehr extrem hintereinander aussehen. Was man dann macht, gibt den Banjo-Call. Heißt, hier wieder unser Spieler, hier der Spieler, genau wie eben. Und jetzt verhält sich das als Man-Coverage ein bisschen so wie Zone-Coverage. Das heißt, du reagierst auf den Release, den die beiden hier haben. Gleiches Beispiel. Er geht nach außen in die Flat. Er kommt rein. Was in dem Moment passieren würde, ist, der hier wartet und nimmt einfach die erste innere Route, die kommt. Er hier wartet und nimmt die erste äußere Route, die kommt. Das heißt, er geht hier rauf, er geht da rauf und die beiden kommen sich überhaupt nicht in die Quere. Das ist Banjo-Coverage. Logische Folgefrage ist jetzt, was passiert, wenn aber nicht einer nach außen geht und einer nach innen, sondern einer geht vertikal zum Beispiel. Oder die gehen beide nach innen, aber an unterschiedlichen Höhen. Wenn ihr die Frage im Kopf hattet, dann erstmal schaut, hat an euch gut mitgedacht. Was in dem Moment passiert, ist auch echt simpel. Wir haben hier den, wir haben den. Normalerweise sind die Regeln, du nimmst den ersten, der nach innen kommt und den zweiten, der nach außen kommt. Du nimmst den ersten, der nach außen kommt und den zweiten, der nach innen kommt. Heißt, wenn er reinkommt, weiß der Spieler hier, das ist der erste, der nach innen kommt. Ich nehme den und somit geht es für ihn nur darum, ich nehme den, egal was passiert. Denn entweder ist der erste, der nach außen kommt, wenn er einfach nach außen geht, oder er ist der zweite, der nach innen kommt. Das heißt, egal was er hier macht, ob er in eine Streak läuft, ob er in eine Post läuft, ob er in eine In läuft, ob er zur Not auch wieder nach außen geht, auf einer Corner oder was. Der Spieler hier ist so oder so in Verantwortung. Auch das ist natürlich wieder nicht die ultimative perfekte Lösung. Die Offense kann darauf reagieren, indem du zum Beispiel einen Tight End mit da reinpackst und dann kannst du mit dem Tight End deine eigenen kleinen Matchups dann rausholen. Wenn du weißt, wie die Defense spielt, wenn du weißt, sie spielt Banjo-Coverage, sorgst du einfach dafür, dass der Tight End dann auf dem kleinsten DB ist und schon hast du da deinen Mismatch. Du kannst noch ein paar andere Sachen machen. Double Moves können manchmal ein bisschen Banjo kaputt machen. Generell geht es dabei auch wieder darum, und es ist dafür ganz, ganz wichtig, dass die Cornerbacks oder die Defensive Backs alle, die in dieser Banjo-Coverage mit inbegriffen sind, gleich lesen. Dass die alle das gleiche verstehen, dass die alle genau das gleiche Wissen haben und in dem Moment, wo es auf dem Feld passiert, das exakt gleiche sehen. Das sagt man immer, wenn man meint, die Defense muss durch ein paar Augen sehen. Ich hoffe, ihr habt wieder was Neues dazugelernt oder habt euch nicht allzu sehr gelangweilt, falls ihr das schon kanntet. Ich benutze Banjo-Coverage relativ häufig als Begriff, wenn ich sage, oh, hier und da hätte ich mir Banjo-Coverage gewünscht oder sowas, weil ich auch denke, dass sie ein bisschen zu wenig benutzt wird oder man könnte sie aggressiver benutzen, nicht nur gegen Stack und Bunch. Aber das ist nur meine Meinung, jetzt wisst ihr, was es heißt auf jeden Fall. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu hier seid und zukünftig nichts mehr verpassen wollt, dann zieht doch in Betracht zu abonnieren, würde mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns alle beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao! Bis dann, ciao! Bis dann, ciao!